Ich hab ne gute Posi gefunden. Das sieht man von vorne eh nicht so gut. Vater, ich steh neben dir. Verpiss dich hier. Sag's dir einmal und verpiss dich. Ey, lass auf eins, lass auf eins. Das machst du ne gute Morge. Mh, danke. Schönen Tag noch der. Wünsch ich euch auch. Du darfst nicht Mh sagen, du musst Mh machen. Stehen bleiben, ich bin gefangen. Ah. Warum zur Hölle überfahren Sie meinen Kollegen? Warum kommt der einfach mit? Sie haben meinen Kollegen getötet. Der wollte einfach so mitkommen. Schwarz. Ich gebe Ihnen gleich den Morden. Ich denke nicht. Machen Sie mal einen Dispatch. Denk dran, du musst es in das Blatt eintragen. Das ist voll wichtig. Und das macht auch viel. Und dann hab ich, ja, hab ich gemacht. Hast du in die Akte treten? Hab ich gemacht. Gut. Und ich hab ganz kurz seinen linken Nippel gestreichelt. Ne, so gut kannten wir uns nicht. Ne, du musst das über das Blatt machen. Ja natürlich, weil mach ich auch nur mal immer. Weil ich liebe das, das macht voll Bock. Aber gerade jetzt hab ich's vergessen. Hör doch auf zu diskutieren. Ich diskutiere ja nicht. Ich mach das voll gern. Wenn's nach mir gehen würde, würde ich nur dieses Blatt machen. Alle anderen machen das. Und ich trag alles ins Blatt ein. Alter, halt dein Maul. Aber jetzt hab ich das vergessen. Da könnte ich mich jetzt selber ohrfeigen, ne? Alter, ich fessere mich gleich. Lass dich verstehen. Hab ich das einfach vergessen? Was? Hast du alles im Abtransport gemacht? Siehst du noch? Ja, hast du was gemacht? War ja hier, ne? Was? Ne, ich hab's vergessen. Hör den jetzt runter zum Abtransport. Ja, bringt den runter. Die stehen unten. Genau. Tschüss. Tja, stabil Digga. Wo ist denn jetzt das Auto gekommen? Wo ist denn der hin? Was war denn das jetzt für ne Scheiße? Was war das? Was ist das? Was ist jetzt passiert? Da ist doch keiner lang gefahren. Hä? Hä? Ist ein bisschen sauer. Okay. Wir lassen uns jetzt aber davon nicht irritieren. Ähm, wer von euch kann mir sagen, die... Den Taser, den wir haben. Wer kann mir davon etwas erzählen? Ok, Tyler. Bei der Brücke. Bitte? Also hier, da wo es anfängt. Das Auto brennt, das Auto brennt, stopp. Nicht mehr schießen, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich gucke, ob er sich bestellt oder ... Der gehört da so schiebt. Ich gucke, ob er mit einer langen Wurfe schießt. Schick den Krieger einfach weg! Schiegt ihm einfach weg da! Hä? Wo ist denn der? 14.4 anscheinend ist die Person, oder liegt die Person. Aber es könnte sein, dass wir hier mit einer Familie zu tun haben. Checkt mal bitte den Ausweis im Grunde. Hä? Hä? Wo ist denn der hin, Robin? wir können das wir können das relativ leicht überprüfen was ist eine usv unterbrechungsfreie stromversorgung weiß jeder elektriker was ist die betriebsspannung zwischen betriebsspannung und entspannung maximale ladestrom spezifische mensch das weiß jeder elektriker ich bin der elektriker was der einschalt stroh strom das weiß nichts was ist der leerlauf strom ist der reststrom wissen sie nicht eigen stromaufnahme was ist das weiß ja auch nichts ist der ausgangswiderstand gedribbelt würde ich sagen da kommt jemand so wie wäre es mit der wahrheit ja hallo hallo warum schreibst du meine namen wir machen das nur wir machen das nur unter uns ja das weiß doch keiner ja wir nehmen gleich den jetzt kommt angeschrieben wieso du von wem wurden angeschrieben von einem freund was soll ihr dann jetzt einen anderen namen benutzen sollen vielleicht das ist das ganz witzig wo seid ihr jetzt wir sind gerade richtig am ficken ekelhaft davon distanziere ich mich jetzt jetzt kommt zum kommt jetzt zum ding sind davon ist dann ziehe ich mich jetzt kommen jeder macht schnell davon haben wir gucken sie doch mal herr brandl ich bin hier hinter ihnen herr brandl herr brandl ich bin hinter ihnen herr brandl hier herr brandl drehen sich doch mal um herr brandl hinter ihnen herr brandl herr brandl ich bin's berger herr brandl hinter ihnen wenn sich umdrehen können sie mich stehen gucken sie doch mal herr brandl ich zeige ihnen was ich zeige ihnen zauberdreht gucken sie mal wenn sie sich mal um dann schieße ich gleich durch die schussigen scheibenabdecker alter herr brandl sind wir freunde du bist gleich mit meinem mit dem lauf der antwort von mir befreundet alle lieben mich berger ist die nummer eins die beiden uns da direkt ins kartell und somit reingezogen haben eigentlich wollten wir uns ja ganz langsam aufbauen und erst mal konnten hallo 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 leute läuft ja super hier ich verstehe ihn nicht ich wusste es digger hallo 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 gut fünf sind es jetzt mittlerweile da die vier sind sie mir leider das kann ich hier drin oder ja gut können landen der alle raus kurz hingeladen oh mein gott dann bin ich bin da mit einem scheiß verficken ja gut ich hab mir gesagt leg die scheiß waffen weg arm und akremen ja ja ich habe die schnauze ja wenn sie so schieben die fresse 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 wartet ihr extra bis das event vorbei ist oder was und immer noch fresse ey kleinen scheißer ey du folgst mir ruder ich knall dich weg hier hast mich verstanden einzige was geknallt ist war an deinem elternhaus verdammt ich komm mit mit ey ey ja kommst du mit hier lieg sie im scheiß in den schafter rein was soll das denn noch jemand sterben ich steck dich ab Alter machst du es ich steck dich ab raupe raupe steig aus raupe willst du mich etwa hä raupe raupe gehst du auf mich ey warum liegst du auf mir man was ist alles deine füße man macht dir aus mein Gesicht deine schuhe Was? Ihr habt frisch geduscht, ist alles gut. Das sind frische Socken. Das ist keinmal so drin. Das ist 69, ist das gerade. Das ist das für eine Scheiße. Das ist das für eine Scheiße.